Hallo und herzlich willkommen im Herz-Katheter-Labor an der dritten medizinischen Abteilung. Unser Aufgabengebiet hier besteht in der Versorgung von Patienten mit akutem Herzinfarkt, sowie Herz-Katheter-Untersuchungen, Implantationen von Defis, Schrittmachern und Herzklappen und auch elektrophysiologische Untersuchungen. Unser Team setzt sich zusammen aus Ärzten, Pflegepersonen und RTs und bei uns ist ganz wichtig die enge Zusammenarbeit von allen Berufsgruppen, weil die Untersuchungsmethoden und Untersuchungstechniken sie immer wieder ändern und immer wieder herausfordern und spannend sind. In Niederösterreich sind wir das einzige Herz-Katheter-Labor, welches zur Akutversorgung 24 Stunden am Tag zur Verfügung steht. Und wenn du eine neue Herausforderung suchst, würden wir uns sehr freuen, wenn wir dich bald in unserem Team begrüßen dürfen. Bis bald!